Wir haben das garantierte Community Tots Pack und das heißt, wir sind bereits für den nächsten Bruch. Zumindest die letzten Packs, die ich so gemacht habe, Icon Packs und so weiter, waren nicht sehr gut. Deswegen hoffe ich, wir werden da jetzt belohnt und wir haben einen Spieler aus England ZDM, das ist Rise. Ja, es ist jetzt nicht komplett schlecht. Es ist auf jeden Fall eine spielbare Karte, auch wenn er nicht teuer ist. Zumindest ist es nicht Morata, den habe ich glaube ich schon zwei oder dreimal jetzt mittlerweile gezogen. Gut, jetzt nochmal geschaut, kostet 34.000 Münzen, also doch eher ein Bruch von Preisen, aber er ist auf jeden Fall spielbar. Es ist sicher keine schlechte Karte in der Premier League. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Und all diejenigen, die es noch machen, viel Glück. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne den Kanal abonnieren für mehr Videos hier auf dem Kanal und Spielerbewertungen. Danke für euren Support.